weiter geht's mit eigentlich zu Gast bei Casa Toras de Reliquias erster römische Münze das übliche Kaliber 50 Kaliber 50 vielleicht Flugzeug oder sowas riesig so UNTERTITELUNG Hallo! Ein kleiner Knopf. Das ist doch so. So. Zeig mal. Dein Video. Super. Casa Doris Fund. Sehr schön. Okay. So ein Lederriemen. Die erste, äh, komplette. Echt? Ja. Kann man in der Mitte immer gebrochen bringen. Sehr schön. Modernes Münzchen. Zehn. Sechzig? Na. Sechzig. Na ja. Gut. Was war denn das mit dem Schil? Ein gehodener, ein gebogener Schilin. Also da war Herkules war am Werk. Ja. Vielleicht sogar der silberne Schilin. Fingoschen. Modern. Gern. Das ist der Fund des Tages. Ein Sackerl, vergraben mit der Vollweinflasche. Ist noch was drinnen? Ich schau noch. Das ungewöhnliche Weinflasche. Was ist denn ein Jahr? Steht da oben? 2013. 2013. 2013. 2020. 2013. 2018. 2015. 2013. 2015.